Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Wir werden hier ja ein Grün, ein Golfplatzgrün anlegen und wir müssen jetzt dringend mal so die Größe festlegen, wie das so hier gebaut, aufgebaut werden soll. Das wollen wir jetzt hier aufmalen, gleich mit ein bisschen ein paar Stöckern und ein bisschen Kreide. Meine Frau ist dann ab und zu mal vor der Kamera. Wir müssen wissen, wie groß das ist, wie so die Ausläufer sind hier, wie das jetzt hier so hoch geht. Schatzi, kann doch mal anfangen. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall, furchtbar. Auf jeden Fall, guckt einfach zu, habt Spaß. Mehr gibt es heute nicht. So, jetzt habe ich hier noch die, oh der Rasen ist vielleicht trocken. Wir haben heute 30 Grad, wirklich gestern war es schon heiß, heute ist Dienstag der 12. glaube ich. Dienstag der 12. August, heute Nacht sollen hier die Metroidenschwärme, die Persiiden oder so, sollen hier runtergehen. Also wird hoffentlich spannend, Himmel ist auf jeden Fall klar. Ja, also 12. August, brutal. Ich merke schon, wie der Rasen trocken ist und schon sich kaum noch aufrichtet. Also total grenzwertig. Ich habe jetzt von Freitag auf Samstag habe ich gewässert, genau. Heute ist Dienstag, ja, also spätestens morgen Abend, also übermorgen früh, also Mittwochmorgen muss ich wässern. Spätestens, vielleicht schon, vielleicht schon morgen früh. Mal gucken, ich werde nochmal irgendwann nachher die Bodenfeuchtigkeit messen, aber es ist brutal warm. Die nächsten Tage sollen noch schlimmer werden. Aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Wir müssen jetzt hier das Grün vermessen. Also die Höhe, die Höhe, die das Grün haben soll, ist eigentlich ungefähr hier. Das ist hier, das ist die Höhe. Und auch, es soll auf jeden Fall, ich sag mal so bis hier, hier läuft es dann so rum. Ja. Und da, übrigens da steht, achso, da muss ich auch noch sagen, also wir haben keine Kooperation oder irgendwas mit Rainbird. Bloß die Fähnchen sind so praktisch, die will ich jetzt mal verwenden. Und da, das ist die Höhe. Und wir hatten das ja schon mal ausgemessen. Und das war ungefähr, gleiche Höhe, ungefähr hier. Genau, ungefähr hier. Ja, das ist jetzt das reine Grün. Und das kommt jetzt hier eben so auf halber Höhe. So hoch, so hoch mindestens. Und da muss es ja hier reinlaufen. Und es muss natürlich noch einen sogenannten Koller, ein Vorgrün, gemäht werden. Also eine Mähbreite. Da muss man die auch reinnehmen. Eine Mähbreite, zumindest außenrum. Also schon ganz schön groß. Vielleicht reichen ja auch 20 Quadratmeter. Ich messe das nochmal kurz aus. Bumm. 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 Und seid ihr da? Das sieht gut aus. Das sind jetzt, sehr gut. Das ist jetzt schön rund geworden. Das sind jetzt tatsächlich 22,7. Sagen wir mal rund 22 Quadratmeter. Gut. Das ist groß genug. Jetzt müssen wir ja hier, hier ist der Sprenger, da sind wir auf jeden Fall unten. Und jetzt muss man natürlich jetzt hier von unten jetzt hier noch hochfahren, um hier oben jetzt aufs Grün zu kommen. Und dass das ganz gut auch gemäht werden kann. Und dann muss alles rundherum angeschüttet werden. Gut. Dann male ich das jetzt mal mit der Sprühfarbe an. wahrscheinlich sprühe ich mich jetzt an. Wow. 35 Zentimeter. Also so hoch wird das Grün. Bis da. Und deswegen muss man ja hier, wenn man sich jetzt mal das Profil anguckt. Bis hier, hier muss ich unten sein und da muss ich oben sein. Das kann man ja mal so spaßeshalber. Soll ja möglichst sanft hochlaufen. Das kannst du wieder nicht mähen, ne? So. Und jetzt will man natürlich hier runter. Naja, hui. Da musst du mal die Kamera draufhalten. Ja. Das wäre jetzt das Profil. Das ist tatsächlich so. Und das geht ja, das geht ja bis hier. Wie läuft denn hier raus? Hier geht alles hoch. Genauso hier. Das heißt, das können wir doch nicht alles wegnehmen. Das ist doch Wahnsinn. Und da läuft es raus. Also es gab zwei Ideen. Die eine Idee war, wir schälen alles weg, was jetzt in den gestrichelten Linien ist. Alles weg. Das wäre sogar auch denn hier. Wir hatten jetzt überlegt, alles hochzunehmen. Also mit dem Sonenschneider die ganze Grasnarbe abzuschälen, aufzurollen. Und dann da drüben einzubauen, da wo mal unser Sandbunker war. Das finde ich aber echt zu viel. Die zweite Alternative wäre, wir schneiden hier nur mit dem Sonenschneider immer ein, rollen diese Soden auf, unterfüttern und legen dann die Soden wieder drauf. Das ist jetzt hier gleich die Höhe, dass wir die Höhe haben. Hier kommt dann irgend so eine, ja genau wie das Ben Simms gemacht hat, so eine Gummifolie, so eine Kunststofffolie, die wir hier senkrecht reinstellen. Weil hier innen kommt jetzt ein ganz spezieller, eine ganz spezielle Rasentragschicht, vor allen Dingen Sand. Und es ist halt die Frage, wie man das jetzt hier stabilisieren kann. Ich will jetzt hier nicht irgendein Metall oder eine Kunststoff, weiß ich noch nicht. Also es ist ein Megaprojekt, soweit erstmal der Zwischenstand. Also wir haben jetzt erstmal so ein paar Eckdaten für unser Experten-Team. Nämlich die Firma Grashoppe unterstützt uns. Und ja, wir werden da so ein paar ganz coole Sachen vielleicht noch machen, einbauen. Und deswegen wollten die mal wissen, wie das jetzt ungefähr aussehen wird. Und das war ja das Ziel. So, fertig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Aber ich würde das nicht alles weg, ich würde das... Das ist viel zu viel. Wir könnten eine ganze Menge gebrauchen für den Bunker. Das ist eine riesige Fläche. Habe ich ja ausgerechnet, das sind 40 Quadratmeter. Genau, da kommen wir mit den 23 ja gar nicht hin. Nee. Also insofern kann man schon an irgendwelchen markanten Stellen, wo der Rasen jetzt nicht ganz so tippitoppi ist. Was weiß ich hier... Konsequent wäre es, alles wegzuschälen. Das wäre wesentlich einfacher. Du schälst alles weg und kannst dann ganz sauber hier ganz sauber walzen und... Ja, stimmt. Ja, aber es soll ja sowieso hier auch dann ein guter Rasen sein. Ja, aber da... Ich sag mal... Das ist ja... Drinnen, ja... Bin ich ja voll bei dir. Aber außen läuft doch eh die Ergrostes wieder rein. Also von daher... Du willst doch nicht noch eine Rasensorte hier anpflanzen. Will ich nicht. Das grün verstehe ich das. Will ich nicht. Da kannst du dir gerne was Hübsches aussuchen. Aber außenrum muss doch der Rasen sein, den wir schon haben. Du willst doch hier nicht was anderes hinpflanzen. Ich weiß ja nicht, wie gut das geht, das hier jetzt auszuschälen. Ja, das müssen wir ausprobieren. Aufzurollen. Das haben wir da hinten auch gemacht. Kannst du unterfüttern. Das haben wir da hinten auch gemacht. Ging wunderbar. An der Südkante. Haben wir einfach abgeschält, aufgerollt, daneben gelegt, untergefüttert, wieder hingerollt. Ja gut, wenn du das ganz... Okay, also ich wollte es nur zurückrollen, dann die Rolle hier liegen lassen und dann wieder nach vorne rollen. Verstehst du? Das verstehe ich, ja. Du musst das ja... Das liegt ja... Oh Mann, ey. Ist mit dem Kreis so eine gewisse Sache da. Genau, das ist das Problem. Gerade Bahnen abzuschälen, ne? Und die dann wieder ranzustückeln. Da kannst du eigentlich die... Na gut, man kann natürlich immer gerade Bahnen schälen. Dann wird es eben auch mal eine schmale, ne? Ich meine, wenn du hier anfängst, eine gerade Bahnen rüber zu schälen, dann machst du hier eine und hier eine und hinten wird sie halt immer schräg, ne? Das ist eben das Blöde. Da hast du schon recht. Da wäre es einfacher... Sie einfach abzuschälen, hinzulegen, zu modellieren und wieder raufzupacken. Also ich würde es so machen. Ich würde tatsächlich alles wegschälen. Ich würde alles nehmen und rüberlegen. Ja. Dann ist das da drüben fertig. Und dann würde ich gucken, ja, was habe ich hier übrig? Und würde das nur noch wieder hinlegen. Wahrscheinlich schmeißen wir das dann weg, da bin ich ziemlich sicher. Weil dann machen wir das eh alles neu. Das sind so viele Arbeitsschritte, ne? Wenn wir das alles rübergetragen haben, reingepackt haben und reingeschnippelt haben, dann ist ein Tag um, ne? Also das erste, was man eigentlich machen sollte, wäre wirklich nur hier diese innere Fläche einmal abschälen. Als allererstes die hier einmal sauber rausschälen. Ja. Dann hier abstechen, senkrecht auf eine Ebene, ein Niveau bringen. Alles auf eine Ebene bringen, dass das alles hier eben ist. Ja, da kannst du ja schon mal die Folie hinstellen. Und dann die Folie hinzustellen, wie auch immer. Und dann mit Stöckern oder so diese Folie irgendwie zu befestigen, die senkrecht hier hinzustellen. Und dann hauen wir hier ganz viele kleine Holzstöcke hin, so Holzflöcke hin, damit die Folie stehen bleibt. Ja. Und dann kannst du von außen, kannst du denn den Mutterboden... Ranschieben. Ranschieben oder dann kannst du von außen wegschälen. Die steht nicht, die so eine Folie, die kippt einfach weg. Ja, natürlich. Erst recht da unten, wo ja nichts, gar nichts ist. Da ist ja nichts innen und nichts außen. Da kannst du sie ja wenigstens noch nach außen gegendrücken. Da musst du wahrscheinlich die Folie hinstellen. Und dann musst du gleichzeitig von innen und von außen die Böden gegen... Häufchen gegen machen. Gegen machen. Läuft die Kamera immer noch? Ja. Kamera läuft. Kamera läuft. Machen wir mal bitte aus. Ich glaube es reicht. Ha. 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 Vielen Dank.